So, herzlich willkommen zu meinem allerersten Video auf diesem Kanal, oder besser gesagt unserem allerersten Video, weil ich mach das noch mit einem Freund hier. Der ist nur gerade in den Ferien, der ist in Venedig. Ich weiß nicht, ob sie hier viel wärmer haben, auf jeden Fall bei uns hat es noch ein bisschen geschneit, es geht zurück. Aber das wollte ich gar nicht sagen. Also ich wollte euch, ich erstelle meine Welt, äh was heißt, ich habe eben in einer Failaufnahme, da hat mir jemand reingelabert. Da musste ich, da habe ich schon eine Welt erstellt, so. Ähm, und dann ja, worum geht es in unserem Kanal? Ihr seht schon mal ein schönes Skin und eine Schneelandschaft, generiert sich noch gerade. Ähm, also worum geht es auf dem Kanal? Also ich mache Mod-Reviews, also Mods wie AmoStand, es könnte sein, dass mir die Mods ausgehen und dann könnt ihr mir per PN oder kann ich nochmal in einem anderen Video erklären, wie man das macht. Das wusste ich nämlich davor auch nicht, bevor ich ein Video geguckt habe, habe ich auch nur einmal gefunden, ganz selten. Und dann, ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ja, das kann ich dann nochmal zeigen, im nächsten Video vielleicht. Und dann, ähm, ja, oder falls wir die Mods mal ausgehen, es wird wahrscheinlich eine, ein Video pro Woche kommen, wenn ich nicht gerade mal in Ferien bin. Ähm, werde ich zum Beispiel diese Woche nochmal, das zweite Mal in den Osterferien. Yay, ich werde mit Ferien zugehäuft. Aber wir fahren wohin, wo es ganz cool ist. Ähm, und ja, ich mache halt, ähm, Mods. Mod-Vorstellungen, mein Freund macht Texture-Pack-Reviews, finde ich auch eine ganz geile Sache, dass er da auch noch ein bisschen was einbringen wollte, damit es nicht so eintönig wird. Und wir machen vielleicht noch andere Sachen, aber, also, keine Ahnung, irgendwie eine kleine Challenge, dass wir dann, das wäre mir, wer uns den besten, die beste Adventure-Map schickt oder sowas. Naja, ähm, jetzt nochmal was dazu, wie ich das mache. Also, ich kenne das, ich wollte das immer auch immer wissen. Wie wird das denn gemacht? Also, falls ich mal was schneide, dann, wenn ich was schneide, dann benutze ich dazu wahrscheinlich, hier, oh mein Gott, ja, ich habe ein Mac, wir werden alle sterben. Nein, Mac ist nicht scheiße. Also, zum Aufnehmen benutze ich hier den Quick-Time-Player. Hier, Aufnahme stoppen kann man auch immer ganz schön. Und zum Schneiden benutze ich dann iMovie. Ja, das ist, ähm, relativ, ich sag jetzt mal, primitive Schneideprogramm, ist auch vorinstalliert, genau wie der Quick-Time-Player. Ähm, es kann sein, dass ich mal die Programme dafür wechsle, weil die sind jetzt wirklich nicht die Beste und ich kann damit auch nicht so gut umgehen. Ich habe mir, ich habe schon mal auf, äh, Screenium und Screenflow abgesehen, die gehören ja, glaube ich, zusammen, praktisch. Zusammen, was heißt das? Naja, ähm, und das wollte nur einmal, sollte nur einmal gesagt sein. Und warum ich das jetzt noch nicht mache, das kostet 35 Euro und ich habe das Geld jetzt gerade nicht bei Hand. Ich habe mir erst, gerade eben erst was, also, es, was heißt gerade eben erst, Ferienanfang habe ich mir was über, habe ich mir was bestellt, über Amazon, ne, Ebay, egal. Ähm, und ich würde noch sagen, ja, ich habe, wir haben, wir machen wahrscheinlich keinen Zweitkanal auf oder so. Ich habe noch einen Zweitkanal, den, äh, hat ein Abonnent und zwar mein Freund, der hat nämlich auch noch einen Zweitkanal. Aber das sind private Kanäle, die werden deshalb nicht verlinkt. Also, das ist nicht so ein Kanal wie, äh, dummes Beispiel, jetzt mal White City und die Jungs. Die beiden kann ich meinetwegen verlinken, aber, ähm, ja. Also, das mache ich nicht. Das sollte nur einmal gesagt sein. Und dann sieht man sich dann im nächsten Video weiter, wenn es heißt, let's modding Minecraft. Das ist nicht so ein Bild.